Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich hab ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anfangs. Nein, ich ruf dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Wie geht's dem Mädchen? Ja? Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Nein, ich lieb dich, ich lieb dich auch. Okay, bye. AJ Gale, mein Name ist Zabal. Ich gehöre zum goldenen Pfad. Goldenen Pfad? Wir sind Freunde, ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top Priorität, wir müssen dich sicher hier rausbringen. Koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Mann, hab ich das gehasst? Okay. Nein, was hat uns bemerkt? Zur Tür, Beeilung! AJ, wenn die Tür sich öffnet, halt den Kopf unten und rüber zum Traf. Und zwar so schnell wie du kannst. Verstanden? Eins, zwei, drei! Okay. Los geht's. Ich denke, wir müssen... Geh mit Sicherheit! Los! Scheiße! Äh... Zum Treffel! Unter dem Armaturenbrett ist ne Waffe! Mit die! Haha! Oh! Bist du sicher? Wahrscheinlich nicht. Ist geil. Rechts von dir! Schieß! Auf sie! Pass auf! Gott! Rechts! Festhalten! Sit, Lord. A.J., wenn du mich hörst, antworte! A.J., Gail, antworte bitte! A.J. Führer sei Dank. Hier ist Zabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Du packst das schon, AJ. Hey, geht euch um. Mit ist es hier. Willst du kürig finden, sagen, dass das Boot ist? Fährst. Dann zieh dich um. Suche den Zyk. Vielleicht versteckt er sich da. Komm schon raus. Wir tun dir nichts. Er braucht er bereit. Wenn ich ihn getroffen habe. Ich werde dich umbringen. Los, los, los. Du steckermine. Den hole ich mir. Ranger, der ist weg. Verteilt euch und sucht. Geht klar. Ich weiß, du bist hier irgendwo. Achtung, Teufel. Haltet die Augen offen, Leute. Du musst alle die Augen offen halten. Du das nicht, Mann. Du fährst nicht, Mann. Ich fährst nicht noch da. Ich fährst nicht alle um. Ach, zack. Ah, zickzack laufen. Ah, das ist weg. Ach, zack, zack. Zack, zack, zack. Ach, zack. Ach. Oh, jetzt müsste ich schon eine Akane nehmen können. Bist ja. ich spiel fahrgreif hier und spielen dabei ob ich es dann auch auf youtube buchladen kann damit ich nicht extra das muss ich hin jetzt hier hier 2 Das ist... Wollte man noch mal einstellen? Kann man das hier gar nicht, dass man nicht gedrückt halten muss zum zählen, wie drückt ist das denn, ey? Ich kann nichts hören, wer du auch bist, ruf zurück, ich kann dich nicht hören. Ja, das war Pinke. Kein Insel! Ich bin stolz, für mein Land zu sterben. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Köder? Ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz. Ich bin stolz, ich bin stolz, ich bin stolz. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. Ich muss nachladen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Komm ich da rein? Oh, du hast ne Weste. 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 Wie ist das? Das Sichtfeld. Kann man das Sichtfeld umgehen?